Hey Freunde, wie wär's mit nem Rennen? Mal sehen, wer am schnellsten ist. Und wo machen wir das Rennen? Wir haben eine tolle Rennstrecke. Ich weiß nicht. Ich bin sicher zu langsam. Hehe, Angsthase. Ich bin kein Angsthase. Na dann los. Okay, warum nicht? Haha, fang mich. Komm schon. Juhu. Ich bin wohl zu langsam. Was liegt denn hier? Ein Stein. Was mach ich jetzt? Oh, ein Stein. Was sollen wir tun? Kein Problem. Der kommt in meinen Kasten. Das war's. Prima. Oh, ich hab aufgeholt. Weiter geht's. Oh, hier geht's nicht weiter. Was ist? Was ist? Schau doch mal. Hm, so viel Müll. Ich mach das schon. Jetzt kann's weitergehen. Ich hab wieder aufgeholt. Das ging aber schnell. Danke, mein Freund. Ich hab wieder aufgeholt. Juhu. Juhu. Weiter geht's. Juhu. Weiter geht's. Das schaffen wir nicht. Da bin ich. Ich helfe euch. Ich ziehe und ihr schiebt. Wir schieben. Ich ziehe. Wir schieben. Ich ziehe. Geschafft. 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 Oh, die Ziellinie. Und wer hat gewonnen? Wir haben alle gewonnen.